Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hollowed Legends, der Tempelritter. So, und die letzte Folge, die war jetzt ja eben mal fast 30 Minuten lang. Dafür war die erste Folge nur 20 Minuten, wobei ich ja meistens die erste Folge 30 Minuten mache. Da haben wir einfach mal getauscht und machen jetzt weiter. So, hier oben wollten wir hingucken. Ein Magnet. Wo brauchen wir denn ein Magnet? Nee, hier brauchen wir eine Münze. War da hier noch was irgendwie hier so? Nee. Ein Magneten. Ach, na klar. Die letzte Maske. Nee, doch nicht. Das Eisenarmulett. Ach, von oben hier. Von oben. Die Liebenden. Und da ist die letzte Maske. Die Kronenmaske. Ich finde es, ähm, es ist jetzt neu, dass man hier nicht mehr einfach klicken kann, dann dort an dieser Stelle ist. Aber das war ja früher auch nicht so. Ich bin da irgendwie ver... ...verwöhnt. Ach so. Ich wusste nicht, dass das sich jetzt gleich öffnet. Ich dachte, hier muss man noch irgendwas machen. Naja. Zack, sieht der genauso aus wie der andere. Wie sich rausstellt, ist nicht nur Karl, sondern auch dieser Priester verschwunden. Dietrich. Wie morfen wir vielleicht keine Münze. Der sieht nicht mehr so gut aus. Zugangskarte. Nein. Oh, hier unten war ich noch gar nicht. Nein, hier unten war ich noch nicht. Also ich bin bis hier so gekommen. Sozusagen. Priester verschwunden. Gemeindemitglieder sind entsetzt über das Verschwinden von Vater Bernhard. Vater Bernhard Fou... ...Cou? Fou-Cou? Fou-Cou? Äh, den wir sehr verehren und respektieren, verließ sein Haus um morgens... Um morgens? Naja. 6.30 Uhr soll... Äh, äh, ach nee, morgens. Haus im... Vielleicht im Morgen, aber nee, dann wurde... Nee, um steht da... Ah, egal. Ja. Um 6.30 Uhr sollte er in der Kirche eintreffen, jedoch kam er nie an. Auf dem Weg zur Kirche gibt es keine weiteren Aufenthaltsorte. Ich kann nicht mehr lesen. Ein paar Häuser. Was, ein paar Häuser, Karl und Helens Café. Achso, und der Platz der Rebellion sind die einzigen Gebäude auf dem Weg. Ach, das mit dem Kaffee, ja. Ich konnte das ja vorhin nicht lesen. Achso. Okay. Ach, hier Kanal. Da waren wir gerade drin. Das hier ist alles noch unentdeckt. Oh, das ist ja fast wie bei The Walking Dead, wer das bei mir geguckt hat. Ich mache aber momentan viel Werbung für meine Videos, oder? Das ist ja unglaublich. Ähm. Ja. Kennst du den Grund? Nein. Das geschieht alles wegen, was geschieht in unserer kleinen Stadt. Was? Warum? Gott, die Übersetzung teilweise. In diesem Spiel. Das ist ja schrecklich. Ach, deswegen. Das stand dann dort bestimmt. Karls und Helens Café. Okay, jetzt weiß ich, dass nicht nur Karl in dieser Stadt verschwunden ist. Der Priester Bernhard Foucault verschwand vor einiger Zeit. Ja. Gut. Nee, da lang. So. Vielleicht können wir hier den Dietrich benutzen. Nö. Die Zugangskarte? Nö. Vielleicht, oben gab es ja noch eine verschlossene Tür. Vielleicht hier die Zugangskarte? Nö. Den Dietrich? Nö. Hier benutzt man anscheinend Hotelzugangskarten. Hä? Naja. Ist doch eine Zugangskarte. Willst du mich verarschen? Gibt es hier noch was? Natürlich kann ich jetzt nicht immer einfach gucken. Und ah, wo gibt es hier noch was zu erledigen? Das sieht man hier jetzt nicht. Dadurch ist es natürlich etwas schwieriger. Das macht aber nichts. Hier gibt es gar nichts mehr, ne? Nee, hier gibt es nichts mehr. Gut zu wissen. Hier. Ah, hier. Der braucht noch seine Glocke. Haben wir jetzt aber leider nicht mit. Tja, vielleicht müssen wir ja doch erst mal runter gehen. Ach so. Vielleicht brauchen wir gar keinen Beil, sondern hier. Nö. Auch nicht. Hier steht nicht, fehlt da irgendwie was oder so? Hm. Ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir erst mal unten hin. Hier war ich noch nicht. Was ist das denn? Ist das? Nein, das kann nicht sein, aber es sieht aus wie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Na, tun. Sehr vorsichtig. Einfach mal überall klicken. Ich sollte versuchen, die Bombe zu entschaffen, wenn das überhaupt möglich ist. Aha. Jetzt sind wir also in Vorlo 3 in Megaton. Ich sehe schon. Einfach hier dazwischen halten. Oh Gott, keine Ahnung. Der ganze Stacheldraht muss entfernt werden. Aha. Aha. Wegen dem Gitter gelange ich nicht an die Truhe. Vielleicht mit einer Schlüsselkarte. Und wo ist der Ritter hin? Ein verlassener Lagerraum, der von Schuglern oder anderen Kriminellen verwendet wurde. Und wo ist der... Der... Der Dings hin? Ich sah aus wie ausgestopft, das Tier. Diese ist merkwürdige Piraten, so nur schließt die Tour ab. Na toll. Habe ich natürlich nicht mit. Dafür habe ich keinen Schlüssel, aber ich habe einen Dietrich. Ha! Und der Dietrich ist natürlich weg. Wer hätte das gedacht? Den Etiketten nachzuurteilen, wird hier Wein gelagert. Na, besaufen wir uns doch erstmal ordentlich. Schon wieder Vögel. Seht ihr? Das ist ja kurios. Und eine Wimmelbildzähne. Jiii. 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 Nein, die brauche ich nicht. Würde ich auch nicht mitnehmen. Die würde ich mir nicht und das Miederstecken ist ja eklig. Ich mag keine Spinn. Bäh. Eine Feder. Jetzt noch zwei Federn. Federn können ja auch, wisst ihr ja, ne? Aufgemalt oder so eine, wie wir gerade hatten. Oder... Eine Brille. Oder Vogelfedern. Kann ja vieles sein. Ach hier. Vogelfeder. Nein, warum nimmst du die nicht mit? Wegen der Spinne? Oh. Eine Maske. Ein Fisch und eine Münze. Eine Münze. Ich weiß, was wir kriegen. Oh. Da war eine Eidechse. Äh, wusste ich. Habe ich gesehen. Eine Glocke. So eine Tischglocke. Wie man sie aus einem Hotel kennt zum Beispiel. Nee, ich bin hier einfach... Adler. Hier, Frosch. Friss die Spinne. Hier sind Schlüssel. Brauche ich aber scheinbar nicht. Sind nicht wichtig. Was ist das? Nee. Hä? Was ist denn das? Fisch und Münze brauche ich. Das war eine Kugel. Schraube, Zahnrad, Rasiermesser und zwei Federn. Eine Schraube. Ein Zahnrad. Ach, das hier sind Handschellen, ne? Sieht immer aus wie Steigbügel oder so. Da hinten ist ein Zahnrad. Rasiermesser. Äh, vor einer Rasierklinge ist ein Rasiermesser. Irgendwie ist sie, keine Ahnung, hat sie leicht, irgendwie suizidale Gedanken oder so, war? Ne Mundharmonika. Ich hatte früher auch eine. Ah, schön. Nur meine war rot, glaube ich. Oder braun. Rot irgendwie, glaube ich. Hier, die nimmt die Feder nicht mit. Die blöde Ziege. Und was ist das hier? Ist das wie der Deckel von einer Matruschka oder so? Ich habe keine Ahnung. Ach, ne, da hinten ist der Vorderteil von einem Fisch, natürlich. Hier ist die Münze drin. Das heißt, wir müssen einen Hammer... Ach, hier, einen Hammer. Nö. Nimmt sie natürlich nicht. Ach, mit dem Inventar. Oh Gott. Ja, hier muss man auch mit dem Inventar ja arbeiten. Stimmt, oh Gott. Ach, da war noch eine Feder. Und hier ist aber auch eine Feder. Aber scheinbar wollen sie so eine Feder nicht haben. So, und wie komme ich jetzt hier an die Münze ran? Wenn ich den Hammer hier nicht nehme? Das ist kein Hammer. Das ist so ein... Cricket heißt das, ne? Glaube ich. So ein Cricket-Spiel-Dings oder so. Oder Polo oder wie das auch immer heißt. Warum komme ich doch nicht an die... Ich brauche ein Feuerzeug und Haarspray. Und dann komme ich hier ganz einfach an. Obwohl, dann ist die wahrscheinlich auch weg, die Feder. Hier, Milch. Warum? Wo ist denn hier jetzt sonst noch eine andere Feder? Ach, hier ist der Hammer. Der hat gerade geglänzt. Ich dachte, mit dem Ding hat man es aber auch aufgekriegt. So, jetzt die Münze und jetzt fehlt noch die Feder. Komm schon. Komm schon. Ach, da. Da ist noch eine. Ach, so eine Feder war jetzt komplett nur gefragt. Natürlich. Wie, wir haben die Glocke und nicht die Münze gekriegt. Boah. Das ist ja wohl nicht der ihr Ernst. Was soll ich jetzt mit der Glocke machen? Ach, na klar. Hier sieht man ja auch. Hier. Guckt. Hier. Eine Bombe. Warum hat die denn keiner gefunden? Ich meine, die ist ja nun nicht so unübersehbar. Und hier. Hier, Schraubenschlüssel. Ah, ich brauche einen Schraubenschlüssel. Oh nein. Erstmal, um das Ding abzukriegen. Hier vor allem Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die blinkt noch. Und das Ding dreht sich noch. Hatten aber gute Batterien damals. So, hier steht auch nichts Neues drin. Was ist hier? Verlassener Lagerraum. Ob der wirklich so verlassen ist? Und hier schifft das immer noch. Einfach so, kehre zum Hotelrestaurant zurück und repariere die Glocke. Ach so. Ach so eine Glocke will der haben. Natürlich. Ach so. Natürlich. Hier ist wieder ein Vogel. Hier. Äh. Nee. Keine Ahnung. Karl Marx wird es nie sein. Was? Der Schraubenzieher steckt in dem Sicherungskasten. Ich brauche einen Schraubenzieher. Nein. Warum? Sie gibt da aber auch keine Hinweise, wie man das irgendwie, was sie braucht oder so. Na, blitzige. Ich bin viel zu sehr durch Artifix Mundi verwöhnt. Ich kann so ein Spiel hier gar nicht mehr spielen. Der Safe ist mit dem elektronischen Schloss gesichert. Ah hier, guck. Ah, dazu brauche ich. Nein. Das sieht auch aus wie hier. Zweite Weltkrieg und so, ne? Nein. Aber alt. Klicke und ziehe, um die Linien des Symbols nachzuzeichnen. Jede Linie darf nur einmal benutzen. Oh. Wir haben noch acht Minuten oder so, ne? Da müsst ihr, was wir jetzt machen. Ich habe keine Ahnung. Das geht schon mal nicht, wie ich sehe. Hier führe... Mäh. Ich bin total motiviert. Hey, es funktioniert richtig gut. Fast. Ja, hat schon mal. Klappt schon mal nicht, weil ich das dann nicht kriege. Nee, das klappt ja auch nicht. Mäh, nur... Ja, geil. Das war jetzt bestimmt ganz toll. Oh, die Echt-Jetze? Oh. Ich wollte schon wieder wegmachen, weil da unten das eine noch frei war, aber... Oh. Wie geil. Filmrolle. Wie geil. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Oh mein Gott. 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 Und wir haben noch drei Minuten Zeit. Oh mein Gott. Schmeißen wir die Filmrolle doch einfach mal hier hin. Nein. Was ist das hier überhaupt für ein Raum? Rezeption. Da hat jemand seinen Schirm vergessen mit dem Loch drinnen. Der steht bestimmt zum Schluss auch wieder auf, wenn wir alles gelöst und besiegt haben. Bestimmt. Kann ich mir nur so vorstellen. Was soll ich denn mit einer Filmrolle und mit einer Brille jetzt tun? Eine Lampen in der Rezeption öffnet sich auf... Öffnet den Aufbewahrungsraum für die Schlüssel des Hotels. Finde den notwendigen Schlüssel. Was? Eine der Lampen in der Rezeption öffnet den Aufbewahrungsraum für den Schlüssel. Ach so. Welche Lampen denn hier? Ach so. Nee. Ach so, in der Rezeption. Ach hier oben oder wie? Oh. Natürlich. War das jetzt richtig? Habe ich jetzt direkt sofort den richtigen Schlüssel gegriffen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach überfragt. Ich... Also hier war ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin ja nicht mal bis runter zur Bombe gekommen. Ach so eine Art Schlüssel. Oh. Da liegt auch Ena. Ah. Ich habe... Entschuldigung. Da oben stand noch was. Aber ihr könnt das bestimmt... Ja natürlich. Die steht sie über ihm. Hat er viel genutzt, wie es scheint. Eine Trillerpfeife. Oh, vor allem. Der wurde... Dem wurde nicht das Leben ausgesaugt. Der wurde durchbohrt. Na, für den ist wahrscheinlich wirklich... Jeder Hilfe kommt da zu spät. Aber... Er hat Courage gezeigt. Zivilcourage. Und man sieht, was daraus wird. Nein, es war ein Scherz. Zivilcourage ist gut. Wie sich herausstellte. Wie sich herausstellte, war der Mann im Nebenzimmer im Hotel ein Chemiker. Er war derjenige, der den Ritter ablenkte, der in mein Zimmer eingebrochen ist. Ich glaube, ich verdanke diesem Chemiker mein Leben. Ich hätte wie der Mann im Gastronom oder wie jener im Verlies enden können. Oder wie der auf dem Dach. Das Leben aus mir herausgesaugt. Mein armer Nachbar hat mich gerettet, aber sein eigenes Leben dabei geopfert. Ach, sie wurde von ihm gerettet. Oh. Das ist dann natürlich tragisch. Klicke und ziehe die Kacheln des Bund-Glas-Fensters um die Kacheln des Bund-Glas-Fensters. Hier ist irgendwas, das leuchtet. Medaillon. Medaillon. So was kann man bestimmt auch unten dorthin stecken, wo die Jungfrau. Wo Münze draufsteht, ne? Haben wir noch einen Schlüssel? Wir haben keinen Schlüssel hier. Vielleicht müssen wir den hier irgendwo finden. Ähm. Hast du gesucht? Nein. Eine Kutsche. Eine Kutsche? Da war eine Eidechse. Hier sind überall Pentagramme. Ach. Das war eine Kutsche? Das sah aus wie eine alte E... Also so Straßenbahn. So eine ganz alte. Ach, hier ist ein Schlüssel. Was ist hier? Ein Teekessel. Sonst noch was? Nö. Hier eine... Oh, Rubine. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Oh, was ist das? Eine Schriftrolle. Ah, natürlich. Da oben ist noch eine. Und das da könnte auch eine sein, aber sagt... Es sagt mir nein. Das ist aber eine. Eine Lupe. Steinauge. Ein Steinauge. Oh, hier ein Buddelschiff. Zweimal Gold. Hier ist Gold. Und da ist Gold. Ein Steinauge, eine Wüste und eine Kristallkugel. Irgendwie muss ich das Ding hier aufkriegen. Eine Trillerpfeife anpfeifen. Steinauge. Hm. Das war natürlich ein Steinauge. Huch. Aha. Ach, ein Griff. Da ist die Wüste. Und wo ist jetzt die Kristallkugel? Blinkt hier noch irgendwas? Hallo. Da oben. Na toll. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Ähm. Eine Kristallkugel. Ich möchte doch mal eine Zukunft sehen. Huch. Man muss nur die richtigen Worte finden. Und wir kriegen das Steina... Ihh. Das Stein... Oh, sowas will ich gar nicht, was sich hier die ganze Zeit hin und her dreht. Oh, noch ein Vogel. So, und damit ist unsere Zeit mal wieder um. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.